So, okay. Oh, dass er dann nie auf Pflanze kommt, ey. Das wäre Pies! Oh, ich hätte so schon denken können, dass Bosa kommt. Ein Körper geht stehen, das ist scheißegal! Wo ist der Kamera? Die Sternklaude, ich habe ihn abgehend. Geil! Alter, Toadfress ist immer so in der Scheiß. Fuck, Angels ist frei, Alter. Oh, kommt gar keiner zu Bosa oder Donkey oder sonst wem. Oh Gott! Wird doch alles nur noch schlimmer, ey. Okay, jetzt ist er mit Opfer, aber wir haben auch vielleicht die Chance. Wir leben die meisten immer. Geil! Geil! Untertitelung. BR 2018 Waluigi, da freitig. Wann heißt ich jetzt ja von Wohenkaufen? Ha, fitzig. Witzig, wie die Wario und Spang hier, Alter. Er verfolgt mich. Scheiße weg hier. Ah, die Besegiste. Ja, die Besegiste. Ja, die Besegiste. Ja, die Besegiste war ja nicht. Denen, 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 denen. Eigentlich mal 4 versus 4 mit mir spielen. Aber da haben wir höchste Zeit. Ich hätte ja lieber eine GameCube, wenn man da nicht mehr Bewegungssteuerung steuern muss. Ja, da haben wir eine Viu. Die Viu muss so, warum hat ja immer wir uns steuern? Wohin will sie mit den Gänsten stehenbleiben? Du fällst einfach losse Teilen. Tor tickt aus, Tor liegt oben und da bestimmt seine epileptischen Anfälle da abgeleitet. Immer Münzen sammeln. Schwangi! Oh du kleine Sackratte, warum hast du den da drauf? Oh, hier ist schon wieder 1.3. 1.3. Jetzt kann ich das jetzt sagen. Jetzt kann ich das jetzt sagen. Mir stört das nicht. Ich glaube ich den Stern habe. Warum bringst du dich auf? Du hast es freiwillig bezahlt. Sternfack, Glück ey. Kann auch Sohle werden. So, Giface ist deaktiviert. Jetzt gibst du eine Bosa-Felder. Sohle. 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 Oh, oh, Punkte schießen. Es geht um 40 Münzen. Scheiße, ich glaube, wir nicht wirklich in den Feldern sind. 880, dann musst du euch Kinder überbieten. Die werden weggetragen. Trauer ist aus dem Fenster. 28, wow. Enttäuschung kommt ja nicht. Der Schieterpitz. So, was sagt die Uhr? So, Leute, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Tschüss.